und kann die konsequent, ausdauernd und mit Disziplin verfolgen. Das habe ich eben auch bewiesen in meinem ganzen Leben immer wieder. Meine Zimmererlehre, mein E-Technikstudium und noch viel wichtiger jetzt den Weg, den ganz eigenen Weg, den bin ich jetzt auch gegangen. Ich habe die ganzen Dienste, Projekte, Konzepte und Bücher geschaffen, Bücher geschrieben, über 400 Artikel geschrieben und so, das ist ja eine Menge geistige Arbeit, die dahintersteckt. Und das ist ein längerer Weg, das waren ja 15 Jahre, die dahinterstecken. Das zeigt halt, dass ich das wirklich auch unter Beweis gestellt habe, dass ich diese Fähigkeit habe. Und das habe ich aber damals auch schon gewusst, dass ich die Fähigkeit habe gebaut und die ist super. Ich würde sogar sagen, das ist die entscheidendste Fähigkeit, die es gibt, wenn einer ausdauernd und diszipliniert an seinen Zielen arbeiten kann oder auf sein Ziel verfolgen kann. Das ist eigentlich alles. Das ist eigentlich alles.